So, wir sind wieder zurück, spielen mal wieder gegen Bayern, wieder zu Hause, finde ich gut. Revanche gegen Bayern, wahrscheinlich der gleiche Gegner. Dann werden wir aber gleich raus hinten, ob der genauso gut ist wie der letzte. Und ab jetzt zählt es wieder vollends. Jetzt sind drei Punkte umso wichtiger, denn Abstieg ist natürlich wieder möglich. Und damit gesagt, ob geht es nach vorne, nicht nach hinten, Jungs. Sind wir denn unterwegs? Ah, der verteilt relativ gut. Aber ich sehe, was er vorhat. Ich habe das Gefühl, der ist relativ defensiv. Ich mag es übrigens nicht so sehr. Muss ich ehrlich gesagt zugeben! Aber man kann es hier relativ gut kontern. Komm, mach ihn, Ronaldo, sehr schön! Jetzt musst du kommen. Und ich hoffe, nicht nur einfach so rumgepasselt wieder. Ein bisschen gescheit. Puh. Das ist gut. Wow. Alter, schön. Schöner Pass. Gut gemacht. Toll gespielt. Der bietet Lücken. Der andere hat gar keine Geburten, muss ich sagen. Ist ja gleiche Session, in der ich momentan aufnehme. In den anderen Gegner war es eine Katastrophe im Vergleich. P.P. oben stehen lassen. Gut. Ah, der ist in Ordnung. So, was mache ich am besten? Am besten verteidigen, ne? Oh, Mann. Sehr schön. Kommt schon, Ronaldo. Ah, ein Wurf. Gut, gut, gut. Sehr schön gemacht. Da läuft Modric. Da läuft Modric. Oh! So knapp. Nicht vorbeigeschossen, sondern der Torhüter hat gehalten. Guter Neuer, muss ich sagen. P.P. darf wieder zurück. Und zwar deswegen, weil ich ihn jetzt brauche. Und zwar dringendst. So leicht wird's nicht, will ich gerade sagen. Und dann sowas da, guck's. Alles in Ordnung. Ganz unten steht Bale. Kommt er dran? Nein, tut er nicht. Und damit biete ich Lücken. Was war denn das? Eher eine Katastrophe, habe ich so viel. Gespielt. Ronaldo. Oh! Ey! Geht doch. Ganz oben. Ein Wurf. Ganz locker bleiben, Jungs. No, doch nicht dahin. Das ist nicht locker. Das ist scheiße. Habe ich eigentlich ganz gut aufgehalten, ne? Jetzt macht er schön. Viel zu schön! Sehr gut. Kontergelegenheit. Nein, leider nicht, weil ich es nicht gut mache. Und ja, na, abseits. Alles in den Armen. Gut gespielt. Sehr sauber. Komm schon, setzt sich durch, Junge. Oh, verdammt! Das war anders geplant. Und back mit. Ronaldo läuft doch da. Ja, kommt nur leider nicht durch. Aber ich habe ihn wieder. Und da läuft Bale. Und den spiele ich nicht mehr an. Das wird nicht einfach, doch wirklich nicht einfach. Schön! Richtig gut! Bale! Der bietet viel mehr Lücken als der letzte Gegner. Da merkt man doch Klassenunterschied. Wie hätte der Neuer auch direkt fangen können? Naja. Das ist eine reale Tussle für den Ball. Komm schon, dranbleiben. Mag mal jemand... Also, das ist ja nicht zu glauben. Die wollen alle ran. Ein bisschen arg viel. Gut gemacht. Oben Ronaldo. Und da läuft Benzema. Und da läuft Bale. Und da kommt das Tor! 2 zu 0! Sehr schön! Hier kommen den 3 Punkten näher. Um das zu spielen, Sieg ist natürlich immer sehr wichtig. Oh Mann! Cassias, du Flasche! Ist nichts passiert zum Glück. Komm! Komm! Ah, nicht gut zu Ende gespielt. Das hätte richtig schön werden können. Von der Idee her war es ja nett. Oh, Leute, Leute, Leute. Geh weg, Junge. Gut so. Ronaldo. Alter Schwede, wie hält der mich denn fest? Nö, 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 nö. Mit Ronaldo werden wir schießen. Das blittet die Mauer auf. Okay. Solle ruhig. War knapp. Neuer ist halt ein guter Tröder. Ich hätte ihn höher setzen. Ah, ich glaube, es gibt noch mal Echtball. Ja. Es gibt noch mal Echtball. Nächstes Mal hauen wir ihn weit nach außen. Aber nicht so. Gut. Vorbei. Halbzeit. Alles klar. Alles gut und alles im Rahmen. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Schön gemacht. Komm. Komm. Und mal so. Ja. Geil. Einfach geil. Er verdeckt dem eigenen Torhüter den Weg noch. Wow. Nichts mal für ein Wirt oder ein 0. Nicht der Gegner. Da fülle ich den Ball. Hab ein bisschen zu viel gewollt. Kommen wir. Und zack. Alles wieder gut. Ganz oben. Komm Bale. Setz dich durch. Weil ich ja Fan bin von wirklich guten Gegnern. Weil man lernt einfach was für ihn. Und hier, naja, nicht so wirklich viel. Vielleicht dann doch ein gutes Stück unterlegen. Oh, verdammt. Jetzt nicht mehr ziehen. Krambleiben einfach nur. Ah, pp. Das geht schon ein Ticken besser. Ganz außen stehen viele. Ronaldo, sehr schön. Komm. 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 Diesmal schaffen wir ihn aber nach außen. Und wieder nicht gut gemacht. Das muss besser werden. Jetzt kontert er mich jedes Mal hier. Oh Mann. So, jetzt ein bisschen arg viele Fails. Und direkt den Gegner wieder in die Arme rein. So ein Fehler dürften nicht passieren. Ahem. Mann, Mann, Mann. Ronaldo. Ja, verliert ihr ihn? Die Blödslufe. Oh Mann, 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 Mann. So viele Fehler von mir. Und der macht den halt nicht rein. Aber der läuft halt direkt. Ich gehe davon eh irgendwie nie aus. Ich muss das einfach zudecken in dem Moment. Ah, jetzt hat er aber einiges an Chancen hier. Wo ist Zimmer denn? Kommt, Rodriguez. Schön gemacht. Gute Nacht. Okay, Ronaldo. Kommt, direkt wieder auf Ronaldo. Kommt, zieh, 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 zieh. Ronaldo. Oh, schon wieder Pfosten. War klar, dass er dahin spielt. Ah, ich hatte es eigentlich nicht im Plan. Ganz oben. Komm, Bale. Benzimmer. Komm schon. Ronaldo. Komm, irgendjemand will den doch keiner rein machen, oder was? Zehn Chancen. Und keiner geht rein. Groß. Ich bin im Übrigen, halt auf den Schlappen, den da rein zu zerren. Dann macht er es jetzt auch. Oh, Benzimmer. Oh, meine Fans sind erscheinen. Begeistert. Ich würde es gerne überspringen. Kann ich auch nicht. Ich bin im Übrigen, halt auf den Schlappen, halt auf den Schlappen, halt auf den Schlappen. Ich bin im Übrigen, halt auf den Schlappen, halt auf den Schlappen, halt auf den Schlappen. Weg mit. Gut gespielt. Seitenverlagerung, geglückt. Langer Pass. Ah. Der ist da überhaupt nicht rausgesprungen. Der wurde absolut getroffen. Denen gab es ja auch noch Vorteil. Da steht verletzt rum. Steht verletzt rum. Salz. Und du läufst. Ronaldo. Ah. War nicht ganz perfekt. Doch nicht zu dem, der da oben steht. So viel besser. We'll go to the goalkeeper here. Nein, 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 nein. Nicht gut. Ich bin jetzt mal besser. Schön wie der Ronaldo. Komm, 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 komm. Ah. Einfach zu weit. Immer wieder 1, 2 Meter zu weit. Und dann ging es dann einfach nicht. Und damit haben wir es. Wobei ist es. Wunderbar. Gewonnen. Finde ich gut. Hat gut geklappt, ja. Zweimal Ronaldo, einmal Bale. Da haben wir 2 Punkte. So, und wir sind uns im nächsten Spiel. Hoffentlich dann wieder mit 2 Punkten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.